Let's play For Honor. Kapitel 1, die Ritte. 1.5 Sabotage. Wir spielen weiter auf schwer. Die kann ich auch nicht spielen. Bin ich auch nicht so gut. Schauen wir mal. Die ist halt verdammt schnell. Aber ja, nicht mein Spielstil. Da gucken wir mal, wie ich mich mit der schlag. Die hält natürlich jetzt auch nicht so viel aus wie ein anderer Charakter. Ich spiel jetzt eben die meiste Zeit mit dem Conqueror, aber ich schätze mal, den werden wir dann auch noch sehen. Müsste jetzt die einzige Klasse sein, die noch fehlt, die wir jetzt in der Kampagne noch nicht gespielt haben. Nicht über eine Standardsteuerung. Bewege den... Aha. Jaja, das weiß ich. Jetzt kann ich ja das mal üben. Okay, geschafft. Das erste Mal, dass ich es dreimal hintereinander geschafft habe. Der macht jetzt Blutungsschaden quasi. Aber der ist eh schon im Arsch. Wie war dieser Ansturm nochmal? Ach, mit RT. Okay. Ja. Holden sollte niemals senden die Skälte vor. Er sollte mir erst senden. Warum habe ich nicht gesagt? Apollyon fragte mich, um den Weg zu entfernen. So, natürlich, ich gebeten. Wollen wir uns noch was zu machen? Weg! So. Ausdauerung! Okay, der ist weg. Schön. Das heißt, ich werde nur einmal geschafft. Zweimal. Okay. So, dann rauchen wir uns mal noch auf. Wer weiß, was da noch auf mich zukommt. Oh, oh. Nein! Autsch! Aua, aua, aua. Huhu. Okay. Einmal heilen, bitte. Da geht's nirgendwo mehr hin. Diese Vikings sollten mehr vigilant sein. Ah, scheiße. Jetzt dachte ich, das wäre was anderes gewesen. Oh, 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 oh. Ich hab viel zu wenig Leben. Oh, 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 oh. Ich hab viel zu wenig Leben. Komm, füll dich. Oh, das geht so langsam. Nein, 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 nein. Okay, das ist jetzt wirklich... Wir angreifen und abhauen, ne? Holden hat seinen Weg verloren. Es ist schade. Oh, 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 oh. weg. Okay, das war's. Ach echt, so weit weg. Von ganz von vorne noch mal. Wirklich. Ich wollte mich verordnen. Okay, jetzt darf man auf jeden Fall vorsichtiger sein. So, das haben wir schon angeguckt. Können wir hier irgendwo runterspringen? Was sind wir denn? Okay, das hat nicht gebraucht. Komm her. Von Asch, die Asch. So kriegt es jetzt ihr ein paar Pfeifen, die eh nichts können. Ungefähr wie ich. Oh, tschüss. Nicht so stürmisch. Der macht halt tollisch viel Schaden. Wenn der einmal trifft, hey, dann müssen wir... Und bei den leichteren Klassen ist das... Leichteren Klassen, also von Rüstungswert her so jetzt wie der hier... ...ist es halt viel schwerer zu blocken. Und da sind wir schon wieder da unten. Ich heil mich mal. Habe ich mich jetzt geheilt? Nee. Na komm. Na komm, Bersiakka, komm, wie nix ist du her. Ah, fuck. Puh, okay. Jetzt kommt ihr zwei Wichs... Witzfiguren. Entschuldigung. Au. So, was ist das? Angriffe füllen deine Racheanzeige. Okay. Was ist da weiter? Reiter Ocker war uns. Na längst... Hörle auf mir! Weg. Tschüss. Oh, scheiße. Well, maybe. Voll runter. Okay. Und ciao. Somit kann ich die umgehen, wie sie aussieht. Okay. Das ist immer so blöd, wenn wir das... wenn man da im falschen Moment auf einen Durchbruch klickt, während die gerade im selben Moment dann auf Angreifen klickt. Die erder wie Wannter. Die erder wie Wannter. Die erder wie Wannter. Ich werde diese ganz zerstörbaren Objekte niemals finden. Aber wenn wir sie schon sehen, dann nehmen sie auch mit. Was ist mit den Schwarten? Komm her. Komm her. Und du auch. Ah, wieder so einer. Das erste Mal dir kommen lassen. Oh, scheiße. Au, 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 au. So, dann machen wir da schon mal Ruhe. Oh, 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 oh. Heiliger Bim-Bom. Noch knapper geht's nicht mehr. Och, nö. Oh, wenn du dann herumlangen siehst. Ich glaube, das ist die Krieg in der Wurzerbein. Oh, wenn du in Erhärma. Vollhaut jetzt um. Nein, ich hab vollstaun visiert. Okay. Und jetzt du. Eine Willfelle aus dem Gegner zu Boden gehen. Das hört sich doch schon mal schick an. Putz, 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 putz. Und da haben wir wieder einen Großen dabei. Na, kommt's halt her. Nicht immer am Großen warten. Zieh fiss. Und da machen wir jetzt zusätzlichen Blutungsschaden. Das war's mit dir. Bisschen weg. Uh, Pisschen weg geht. So. Nein, da ist ein Pisschen weg. Genau, brenn. Brenn nochmal. Jawohl. Scheiße. Und ciao. Und ciao. Genau. Jetzt nochmal ein Checkpoint, bitte. Hammer drauf, oder? Ich hatte eine Idee. Räppeln, oder? Gehen ins zu war, war leichter, als ich erwartet. Willst du jemanden? Na, da kommt's her, Jungens. Au. Au, 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 au. Unfähr. Okay, es sollte gereicht, Tom, für dich. Ha. Nur noch wir zwei, mein Freund. Oh, nein, nein. Oh. Okay, da benutze ich jetzt nochmal in Liebe die Roche. So. Okay, da kommt wohl jetzt keine Verstärkung mehr raus, bis es aussieht. Nein, 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 nein. Oh. Oh, fuck. Ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich wusste, dass das jetzt passiert. Ich hatte eine Idee. Oh, wie? Dann geh weave rein, ist leichter, als ich erwartet. Oh, nein. Da, der konnte ich nicht so verleiden. Oh Scheiße, jetzt habe ich mich selbst ausmanövriert hier. Ins Gesicht. Au. Ja, da hat nur ein Schadenplatt gemacht. So, machen wir hier wieder zu. So, jetzt zu dir wieder mein lieber Berserker. Okay. Okay. Was würde passieren, wenn ich diesen Schaden zieht? Nein. Nein. Warum passiert mir das immer wieder? Ja. Ich sollte diesen Schaden holen, glaube ich. Jetzt, wo ist das Mechanismen central? Okay, wir kommen da rauf. Da sieht es gut aus. Sieht es da gut aus? Nicht so gut, wie ich dachte. Ah, Leiter. Wenn ich diese Kontraption entstanden habe... ...wenn ich den Elevator jetzt rauf. Das sollte mich erinnern. Oh nein. Der Schlag ist unblockbar. Bitte nicht jetzt wieder von Anfang an. Ich hatte eine Idee. Ach, come on. Sieht mich der? Ja, er sieht mich. Aber nur die zwei loppen. Das geht ja. Das geht ja. Und rein da. Stirb. Dankeschön. Was würde passieren, wenn ich diesen Schaden schraubte? Jetzt kommt jetzt die Bärs Jacke da vorne wieder. Moment, da ist doch noch einer, oder? Ach du Scheiße. Die waren vorher nicht... Ach, weil ich da vorne jetzt die Tür nicht zugemacht habe, hm? Ja. 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 Ich würde das nicht holen. Der Maschinerie war weit über was ich erwartet. So, jetzt wo ist das Central Mechanism? Das ist doch so. So, der ist Frost down. Er ist down. Obenurin! Geht! Path's clear. Impressive. Don't encourage her. Friedenshüter-Anwärterin. Oh geil, kriege ich eine Premium-Kiste. Und weiter. Dann kommt jetzt sicher noch ein Kapitel, wo ich den Eroberer spiele. Die Fortress des Svernguard. Mein Ziel. Ja, und auch das sehen wir uns dann in der nächsten Folge von For Honor. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.